Sander Wir werden beweisen, dass Sie hinter dem Mord an Isabel Fring stecken. Jagd auf Staatsanwalt Sander. Das ist nicht klappt, du warst. Wo Polizeimethoden versagen. Die Leiche von Isabel wurde gestohlen. Muss das Cobra 11-Team neue Wege finden. Lassen wir vor. Straßensperre. Alarm für Cobra 11. Montag, 20.15 Uhr.